Das ist das erste deutsche Zwangsgebühren-befreite Fernsehen. Herzlich willkommen! Mein Name ist Philipp Hopf. Bei mir heute wieder dabei einer meiner Lieblingsgäste, Jörg Vormann. Jörg, mein Lieber, bei dir klappert es im Hintergrund. Ja, ist gut. Wir wollen heute über ein sehr, sehr spannendes Thema sprechen. Wir hatten ja schon einige Videos gemacht. Du leitest das Freirauminstitut in der Schweiz unten. Beschäftigst dich unter anderem mit sehr vielen Themen, die den Menschen eingehen, menschliche Psychologie. Und einer dieser Themen ist Meditation. Und Meditation spielt bei mir auch eine sehr, sehr große Rolle seit vielen Jahren, seit ich meditiere seit zwölf Jahren regelmäßig und mache Zen-Meditation. Das ist die japanische Art. Ganz simpel erklärt, einfach an nichts denken. Es gibt ja Meditationsformen, da sollte man etwas visualisieren oder mit Problemen arbeiten oder so. Und beim Zen, der japanischen Version, geht man einfach davon aus, man möchte das Gehirn komplett auf Null schalten. Einfach nur schwarz, nichts. Einfach mal ruhen lassen und möchte diesen Moment so lange wie möglich werden lassen und so oft wie möglich. Also immer wieder Momente des Nichtstuns und Nichtseins. Und das hat mir extrem geholfen, gerade in stressigen Zeiten. Ich habe einen extrem, extrem stressigen Beruf. Bei mir geht es immer nur um Charts schauen, gewinnen, verlieren. Das ist eben der Finanzmarkt. Und jetzt wollte ich mit dir heute mal darüber sprechen, das Ganze vielleicht mal wissenschaftlich zu erklären, weil ich kann immer nur darüber reden und sagen, wie gut mir das tut und dass ich das jeden Morgen nach dem Aufstehen mache. Ich habe meinen eigenen Meditationsbereich und mache es manchmal auch zwischendurch, einfach um mal runterzukommen. Weil ich habe auch manchmal bei lauter Charts und einfach hunderten verschiedenen Thematiken der Finanzmärkte jeden Tag. Teilweise habe ich das Gefühl, ich könnte verrückt werden. Dann atme ich viel zu schnell komme in die Kurzatmigkeit. Das ist auch so ein Punkt, der sehr wichtig ist bei der Meditation. Ja, jetzt bin ich froh, dich da heute mal dabei zu haben, auch für die Zuschauer. Erkläre uns doch mal, warum ist Meditation eigentlich so gut für den Körper und den Geist? Und warum würdest du vielleicht empfehlen, dass andere Leute das auch machen, die es noch nicht tun? Ja, erstmal würde ich vielleicht eins vorweg schieben noch. Was ist das eigentlich und warum ist das weltweit irgendwie praktiziert worden? Das ist ja das Spannende zu sehen, dass es eigentlich in allen Kulturen solche Praktiken gibt. Und zwar seit Menschengedenken. Und einer meiner Lehrer, der Williges Jäger, das war so, das ist ein Buch über sein Leben. Das werden wir auch mal unten verlinken, das Buch. Das kannst du mir nachher mal durchgeben, falls das interessant ist für manche Leute. Wer die Quelle kennt, trinkt nicht aus dem Krug, hat er mir damals da reingeschrieben. Und ja, der hat also immer so eine Grafik gehabt oder so ein Modell. Das fand ich ganz gut. Er hat gesagt, okay, es gibt immer eine exoterische Strömung in allen Traditionen, religiösen, spirituellen, das ist also das Gebäude, das sind die Bücher, das sind die Kirchen, das sind die Priester und sonst was. Und es gibt immer eine esoterische Strömung. Das ist also der mystische Weg, das ist die Selbsterfahrung. Das sind also die Praktika, könnte man sagen. Und er hat gesagt, letztendlich zielt die Exoterik auf das ab, was der Esoteriker versucht, also über die Praxis selbst zu erfahren. Also im mystischen Christentum findet man das auch, gerade im Thomas-Evangelium zum Beispiel. Und da wird unterschieden zwischen zwei Wegen, grob. Also zwei Formen, könnte man sagen. Einmal das eher passive und das eher aktive. Also passive Meditation, aktive Meditation oder wie meinst du? Genau, genau. Und da komme ich jetzt drauf, was was ist. Und dann kann man auch unterscheiden zwischen Konzentration, Achtsamkeit und Mitgefühl. Und das in all diesen unterschiedlichen Formen, die es da gibt, das kann man jetzt in Gänze nicht hier ausführen, aber weil das sind unzählige mittlerweile, überschneiden sich sowohl das aktive als das passive, als auch Konzentration, Achtsamkeit und Mitgefühl. Das ist nicht so, dass immer eine Sache nur oder eine Technik nur eine Schiene fährt. Das sind dann oft Überlagerungen. Und das Klassische ist eben, was man jetzt, was auch von Buddha übermittelt ist, ist eben dieses Samatha, nennt man das. Das ist eben die Konzentration mit einem Meditationsobjekt, sagt man dazu. Und das kann, wie du gerade schon gesagt hast, zum Beispiel der Atem sein. Das kann ein Mantra sein. Das kennen die Leute. Das ist halt eine Silbe, ein Wort, auf das man sich eben dann fokussiert. Es kann aber auch eben Mitgefühl sein oder Güte. Oder wir finden im asiatischen Raum ja auch die sogenannten Yantras. Da hängt im Hintergrund eins. Das sind so diese heiligen Geometrien, heiligen Bilder. Da gibt es in Tibet dann auch für jede Meditationspraxis verschiedene Buddhas. Zum Beispiel der blaue ist der Medizin-Buddha, wenn man dann auf Heilung meditiert zum Beispiel. Und ja, das sind so die klassischen Formen. Und die Steigerung davon ist letztendlich das Vipassana, das sogenannte. Das führt dann in die völlige Stille und in eine radikale Achtsamkeit. Also da fokussiert man sich. Das sind so Meditationsretreats, die in der Regel von elf bis sechzig Tagen dauern, wo man dann am Tag so circa elf Stunden meditiert. Man muss vorher auch alles abgeben und Stifte, Handy, Bücher, alles weg. Man fastet dann zeitweise auch. Und das ist sehr anstrengend. Ich habe das auch gemacht. Das ist ziemlich heftig. Du darfst auch keinen Angst. Also nur einen Tag schon, die Vorstellung, das einen Tag zu machen, da hätte ich wirklich ein bisschen ein ängstliches Gefühl davor. Weil wer das kennt, mal einfach nur eine Dreiviertelstunde zu meditieren, was da einem alles begegnet, die inneren Geister. Weil man will, man ist das nicht gewöhnt, man will da raus irgendwann. Man will einfach nur aufstehen und das ist unbequem, alles irgendwann und so. Und das Hirn rastet aus fast dagegen. Und mir das vorzustellen, das Stunden zu machen über Tage, da fange ich an zu schwitzen. Ja, und da fokussiert man sich eben dann sehr stark zum Beispiel auf bestimmte Körperbereiche, wie zum Beispiel hier einfach das Dreieck unter der Nase, also zwischen Nase und Mund. Und meditiert da drauf dann am Tag elf Stunden. Also das ist dann dieser radikale Fokus. Und das Zen ist da so ein bisschen ähnlich. Da gibt es ja dann eben diese drei Praktiken, könnte man sagen. Das Kin hin, das ist so das schnelle Gehen. Dann das Sazen, das was du gerade beschrieben hast, ist eben das Sitzen. Und dann gibt es eben die Sutren, wo man dann eben also auch bestimmte Formeln rezitiert. Das Ganze kommt ja so oft zum Teil aus dem Mahayana-Buddhismus und aus dem Daoismus. Und da ist auch diese Koan-Praxis ist ja auch ganz wesentlich im Zen, dass er Schüler dann vom Meistern Koan kriegt. Das ist dann ein Rätsel, was man intellektuell eben nicht lösen kann vom Verstand her. Und da muss man also dann ein paar Jahre drüber meditieren. Ja, und dann, ja, welchen Klang hast du gemacht, bevor du geboren wurdest zum Beispiel, sowas irgendwie. Und dann, wenn man dann also intellektuell das beantworten will, dann kann man, sagt der Meister, ja, geh nochmal fünf Jahre sitzen. So, ne, und ja, also das ist so, dass im Zen die Kontemplation, die ist auch sehr ähnlich, weil es auch ohne eine, das ist die christliche Variante, ohne Objekt ist. Also man hat nicht direkt irgendwie ein Objekt, sondern man geht vor allen Dingen mit dem Flow, mit dem, was ist, sag ich mal, in die Stille. Ja, das MBSR ist so eine vereinfachte Form von diesen traditionellen Wegen. Das ist ein Mindfulness-Based Stress Reduction nach Jean Kabat-Zinn. Der hat das wissenschaftlich auch stark untersucht. Das wird auch in Kursen, in so Crash-Kursen angeboten für Leute, die da mal in die Richtung Achtsamkeit gehen wollen. Und da gibt es auch recht viele Studienergebnisse zu. Und was auch so... Du sprichst so, wie wenn du deinen ersten und zweiten Doktortitel darin gemacht hättest. Ja, ich habe mich lange damit beschäftigt, ich habe viele dieser Formen ausprobiert. Und ja, für mich war das einfach seit über, ja, über 20 Jahren, ist das halt so ein Selbsterfahrungsweg. Wow, okay. Und dann gibt es noch eine noch, sage ich, ne, das ist das TM. Da muss man halt immer viel bezahlen für die Mantren. Da kriegt man halt ein persönliches Mantra. Das waren die Beatles damals, die waren bei Marishi Yogi. Und ja, da kannst du dir halt das Mantra kaufen und dann meditierst du da drauf. Die sagen halt, du bist dann halt innerhalb von 24 Stunden bei der Erleuchtung. Nein, ich vertreibe jetzt, aber ja gut. Und dann gibt es halt die Aktiven, das waren jetzt die Passiven. Die Aktiven, ganz kurz, dazu könnte man auch Tai-Chi zählen, Qigong, auch ein Stück weit Yoga. Dann Gehmeditationen und natürlich ganz bekannt die ganzen Meditationen, die ganzen dynamischen Meditationen von Osho. Und ja, weil der Osho, der hat ja sehr gut, also alias Bagwan, der hat ja damals sehr gut verstanden, hat gesagt, er kümmert sich vor allen Dingen um die reichen Wessler. Die haben ihm dann alle einen Rolls-Royce gekauft. So ist es, der hatte die größte Rolls-Royce-Sammlung der Welt, ne, der Bagwan. Da gibt es übrigens eine ganz tolle Netflix-Dokumentation mit mehreren Teilen. Wer daran interessiert ist, eine hoch faszinierende Person, der Bagwan, Wild Wild Country heißt die. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Wahrscheinlich, ja. Ne, noch nicht, noch nicht, ne. Ich habe Netflix bis dato noch gemieden. Okay. Ja, auf jeden Fall hat er gesagt, okay. Und das war eine ziemlich gute Erkenntnis, die der hatte. Der Wessler ist so bekloppt in der Birne, der kann eigentlich gar nicht meditieren. Das heißt, er muss erstmal den ganzen gehaltenen Stress, was wir in der Trauma aber mit Leuten auch machen, den Stress aus dem Nervensystem, aus der Psyche, aus dem Energiesystem rausbringen. Und deswegen hat er mit den Leuten erstmal diese ganzen Schüttelsachen gemacht. Genau. Das sind dann immer so mehrere Stakkato-mäßig, so 15 Minuten, 15 Minuten, 15 Minuten. Und das ist echt irre, wenn man das eine Zeit lang auch gemacht hat, dann merkt man auf einmal, wenn dann nach dem Schütteln irgendwie, zack, das Stehen kommt und dann das Sitzen, du merkst, du merkst auf einmal erstmal, was Meditation bedeuten kann. Weil sonst hast du die ganze Zeit, die Inder sagen dazu, Monkey Mind, den Affen da oben am Springen und am Reden. Das ist halt dann ganz schwierig, sich einfach nur aufs Kissen zu setzen und das versuchen irgendwie, ist für viele Leute gar nicht möglich. Also es wurde früher auch immer von Dürkheim und von Williges Jäger und so, da wurde immer genau auch geguckt, wer ist in der Lage eigentlich zu meditieren und wer braucht erstmal eine Therapie. Und dann haben die bestimmten Leuten gesagt, du musst erstmal ein bisschen weniger neurotisch werden und dann kannst du wiederkommen. Also so. Wim Hof nutzt ja, also Wim Hof, der große Befürworter des Eisbadens, da können wir auch gerne mal, weil das mache ich ja auch in einem anderen Video drüber sprechen, ich bin sicher, da hast du auch ein sehr fundiertes Wissen darüber, aber der nutzt ja auch, auf mich wirkt das wie meditative Atemübungen, um quasi sich wieder Wärme in den Körper reinzubringen. Also kann man sagen, das ist Wim Hof Methode, ist dann auch eine aktive Form der Meditation. Also das wäre jetzt eine weitere Unterform, das ist die sogenannte Tomomeditation, das machen ja die Tibeter auch, gerade in den Höhenlagen, das wurde ja schon vor über 100 Jahren beschrieben, dass man gerade in diesen Höhen, wo es dann auch so eisig kalt ist, dass die die bestimmte Technik machen, um das da auszuhalten. Und in bestimmten Qigong-Klöstern und so wird das auch zum Teil als Aufnahmeprüfung gesehen. Da wird dann geguckt, okay, der Novize muss dann erstmal so und so viele Tage draußen im Schnee sitzen und den Schnee dann wegschmelzen im Umkreis von. Und wenn er das dann schafft, dann wird er aufgenommen. Faszinierend. Wir könnten da ja 100 Stunden drüber, aber jetzt lass mal versuchen, direkt mal auf den Leuten auch etwas zu geben hier an Mehrwert. Wer interessiert daran ist mal, also grundsätzlich, wir verlinken ja sowieso mal deinen Kanal, Sie sehen ja vielleicht schon an die Community draußen, sehr faszinierender Mann, der Jörg, der hat sehr viel Wissen über sehr viele unterschiedliche Bereiche. Man kann dich ja da gerne mal anschreiben per E-Mail oder so über deine Homepage gehen, also hochinteressant. Warum sage ich das Ganze? Ich kann mir vorstellen, es ist Winter gerade, ich hatte auch einen wirklichen Winter Blues dieses Jahr. Ich bin morgens ins Büro, als es dunkel war, ich bin abends raus, als es dunkel war. Es war nur Dunkelheit, Dunkelheit und dann die ganze Zeit sonst Elektrosmog durch die ganzen Screens, die ganzen Charts, die ich anschaue, ständig Entscheidungen treffen. Und da möchte ich kurz was dazu sagen, auch eine aktive Meditation, die ich für mich erfahren habe, ich war letzte Woche Skifahren und der erste Tag, wo ich Skifahren war, nach drei Stunden, da hätte ich fast heulen können. Ich habe dem lieben Gott gedankt, dass ich auf den Skiern stehe, weil das ja auch eine aktive Version der Meditation ist, weil ich mich konzentrieren muss, dass es mich nicht voll hinknallt. Und somit denke ich nicht an irgendwelche geschäftlichen Dinge die ganze Zeit, sondern einfach nur ans Skifahren und das war dann für mich wie drei Stunden Meditation. Also ich war so glücklich danach, ich bin selber erschrocken. Das ist gut, dass du das sagst, weil das hat der willige Seger und alle spirituellen Lehrer dieser Erde haben das eigentlich immer betont auch, dass es nicht darum geht, eigentlich da exklusiv zu meditieren auf einem Kissen und dann das Leben wieder völlig unconscious da runter zu rattern, sondern dass es darum geht, die meditative Praxis in das Leben zu übernehmen, dass letztendlich alles Meditation ist. Also beim Kloputzen und beim Möhreschälen im Zen-Kloster sind ja angeblich die meisten erleuchtet worden. Und ja, also das sind da auch ganz klar spirituelle Praktiken, Kloputzen und Möhreschneiden. So, und das ist eigentlich die Haltung dabei, dass man das überträgt und das kann man ja auch auf die Praxis zum Beispiel jetzt beim Trading übertragen. Also entweder ist alles heilig oder nichts ist es, könnte man auch so sagen. Wie können wir Leuten mal effektiv helfen, denen es auch so geht, die jetzt durch diese Dunkelheit im Winter, durch die allgemeine, ja auf jeden Fall mal nicht berauschende Stimmung in unserem Land, was können die machen, so mal als allerersten anfangen? Na gut, also da helfen natürlich diese klassischen Lampen gegen Winterdepressionen, weil wir einen Lichtmangel haben. Ich habe da auch auf der Seite im Shop Infrarotpanel, ich glaube, du nutzt das ja selber auch. Ich nutze selber einen, ja, sehr gut, ja. Ja, da habe ich auch eine Infrarotsauna, die ist auch Elektrosmog entspört. Das sind also auch, sind alles gute Sachen, weil der Körper einfach einen Lichtmangel auch hat. Aber ansonsten ist Meditieren eine gute Sache. Ich sage mal, der Normalneurotiker, ja, also der Alltagstyp, so, der ist halt, ja, im Vergleich, wenn man die, wenn man die Gehirne vergleicht, von jemandem, der regelmäßig meditiert, zu einem Normalneurotiker, wie wir alle, ja, so ist dieser Normalneurotiker eher vordergründig in den älteren Gehirnteilen aktiv. Das heißt, er hat weniger Frontalhirn- und Großhirnaktivität. Die älteren Gehirnteile sind ja vor allen Dingen für die Angst- und Notfallzustände zuständig und eben auch für dieses ganze Getriebensein, für die ganzen Emotionen, die so hochkochen. Und das ist, ja, ich glaube, der Wahnsinn hat manchmal auch Methode, dass die Leute vor allen Dingen in diesem Modi drin gehalten werden, weil wenn sie ein bisschen klarer in der Birne wären, würden sie sich ganz andere Fragen stellen und vielleicht auch andere Entscheidungen treffen. Und das, ich meine, letztes Jahr haben Deutschland 750.000 Leute verlassen. Ja, so eine Entscheidung triffst du nicht im Notfallmodus. Da musst du schon etwas klare Kopfhörer haben. Also möglicherweise würden nachher noch mehr gehen. Ich behaupte, jetzt wird es wahrscheinlich im Notfallmodus getroffen. Also ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Leute, mit denen ich kommuniziere, ausziehen raus aus diesem Land. Ist das Nummer eins Thema überhaupt von allen Themen, die ich auf dem Tisch habe? Ist einfach nur noch, wie komme ich raus hier aus diesem Irrenhaus? Ja, das habe ich auch öfter gehört. Ja, also, aber vielleicht mal da, vielleicht, wie kann man jemanden sagen, der sich jetzt nicht, ich meine, durch den Wald laufen, in der Natur sein, frische Luft atmen, kann auch eine meditative Übung sein. Wie kann, was kann man einem mitgeben, einfach mal fünf Minuten am Tag mit einem ganz kleinen Zeitraum sich danach zu steigern, was kann man da am besten tun, um mal rauszukommen aus dem neurotischen Trott? Ja, jetzt müssen wir eigentlich wieder einen anderen Schritt noch vorschrauben. Du hattest am Anfang die Frage gestellt, was passiert eigentlich? Und das vielleicht mal erstmal als Motivation. Dann versuche ich nochmal ein paar Sachen zu erklären, was im Hirn eigentlich passiert, okay? Und dann gucken wir vielleicht, wie? Abgemacht? Gerne. Gut. Also wir hatten ja, also wir hatten die Frage, wie geht es so? Oder was passiert, meine ich so. Und das ist eben erstmal, das ist das Klassische, dass man weiß, okay, Alpha-Wellen, 8 bis 12 Hertz, die sind für entspannte Wachheit, die sind für Konzentration und so weiter zuständig, die sind sehr synchron, fahren hoch. Genauso hat man festgestellt, bei den Tibetern, wenn man die anschließt ans EEG, wird Gamma, die Gamma-Wellen, die für einen hohen Fokus zuständig sind, schießen hoch. Um das Dreißigfache im Vergleich zu einem Normalsterblichen. Die Forscher, die das gemacht haben, haben gedacht, ihre Messgeräte wären kaputt, als sie angefangen haben damit. So, und das ist also, die Gamma-Wellen sind ganz entscheidend für so Sachen wie Liebe, Mitgefühl und Zusammen- oder Zugehörigkeit, Zusammengehörigkeit, was Menschen auch unter Substanzen erleben, wenn sie irgendwie Pilze oder LSD genommen haben. Deswegen tauchen irgendwie viele Leute, die früher solche Sachen genommen haben, so Psychedelics, irgendwann bei der Meditation häufig auf, weil sie merken, das ist genau so ein Zugang, ohne dass sie sich irgendwas einschmeißen müssen. Ist aber deutlich schwieriger, kann ich mir vorstellen. Ja, ja, aber es gibt auch vergleichende Studien von langzeitmeditierenden Zen, die dann eben auch Psilocybin genommen haben und diverse andere Sachen und guckt dann, was ist da eigentlich los? Und oftmals sind die Ergebnisse sehr ähnlich. Dann hatte ich ein Video auch gemacht, wo ich mir ein Gerät angeschlossen habe, um die Aktivität der Gehirnwellen zu messen. Ist bei mir im YouTube-Kanal und da sieht man, wie ich in der Disbalance war, weil ich gerade Stress hatte. Das heißt, die linke Gehirnhälfte war ziemlich überaktiv. Und dann habe ich eine Runde da meditiert und dann sieht man, wie das runterfährt, bis es quasi absolut in der Balance ist. Ja, habe ich in einem Kanal drin, das Video. Also so ein Beleg, dass es auch funktioniert, dass man die Gehirnwellen ausgleicht und synchronisiert. Das hat also den Effekt, dass man, ja, ich sage mal, kreativer ist. Antriebslosigkeit und Depression werden dadurch ein Stück weit runtergeschraubt. Ja, und das ist also, wenn da ständig eine Disbalance zwischen den Gehirnhälften ist, ist es sehr, sehr ungünstig. Bei Traumastress ist ja auch sehr viel die rechte Gehirnhälfte überaktiv, gerade für das Bildhafte. Die stellt sich dann ständig irgendwelche Sachen vor, die ganz ungünstig für uns sind. Das ist natürlich bei der Sache, die du hier machst, natürlich auch dann der Fall. Hatten wir ja mehrfach in den anderen Videos. Dann ist das sogenannte Default, also es gibt ja Mode Network, es gibt ja drei große Netzwerke im Hirn. Früher hat man immer nur gedacht, ein Bereich ist ganz entscheidend. Mittlerweile weiß man, das ist vor allem die Netzwerkaktivität ganz entscheidend. Und das sogenannte Default Mode Network, das ist sehr, das ist hier vorne und hinten quasi, das ist sehr wichtig für das Tagträumen, wenn Leute aber auch grübeln, auch bei Depressionen ist das sehr aktiv, wenn Leute ADS oder ADHS haben und vor allen Dingen sich selber und die ganzen Situationen immer sehr stark bewerten, also gerade auch negativ bewerten, dann, so, Tagträumen ist ja erstmal nicht schlecht, aber das ist ungünstig, gerade auch für deinen Job. Also du meinst beispielsweise sich selbst Angst machen und so. Ich höre immer von mehr Menschen, die Panikattacken haben oder sie plötzlich Herzrasen kriegen und wissen noch nicht mal warum. Das kann aus dem Nichts kommen einfach. Genau. Das kann gut damit zusammenhängen, dass da dann eben entsprechende Überaktivität drin ist. Bei der Hypnose zum Beispiel oder bei Psychedelics ist das so, da wird das System überladen mit Informationen und dann ist der RAM-Speicher voll und dann können quasi wie neue Informationen zusätzlich aufgenommen werden, die sonst von dem Bewertungssystem da oben gar nicht zugelassen würden. Das ist so ein bisschen anders, ein bisschen andersrum. Da fragen manche Leute mal, was ist da der Unterschied eigentlich zwischen dieser Hypnose und der Meditation. Bei der Meditation ist es dann eher so, wie gesagt, das Default Mode Network fährt runter und das zweite Netzwerk, das sogenannte SN, Salianz Netzwerk, das wird aktiver und fährt dann hoch. Und das ist nämlich ganz entscheidend, um Zustände zu erkennen. Das heißt, dass ich selber jetzt zum Beispiel realisiere, dass mein Monkey Mind da oben wieder angesprungen ist gerade und ich wieder im Gedankenkarussell sitze. Und das wird durch die Meditation eben trainiert, dass ich das mitkriege. Und das ist ja gerade der Aspekt der Achtsamkeit, weil wenn ich den nicht habe, dann bin ich verloren wie ein Seemann an der Planke im weiten Meer. Exakt so ist es. Ich glaube auch gerade deswegen, wenn ich da ganz kurz angreifen darf, warum Leute am Finanzmarkt so viele irrationale Entscheidungen treffen, ist genau das, weil sie die Achtsamkeit nicht haben, in diese Nervosität reinkommen, ihre Finger bitzeln schon, sie schwitzen und dann wird die falscheste aller Entscheidungen jedes Mal gewählt. Genau. Das dritte Netzwerk, was da entscheidend ist, ist das CEN-Netzwerk, aber mit C. Manche schreiben es auch Spaß daran mit Z. Das ist das sogenannte Central Executive Network. Das ist also das Netzwerk, das eben für eine aktive Ausrichtung verantwortlich ist, also diesen aktiven Fokus halten. Das ist genau das, was in Meditation ja auch trainiert wird. Dann passiert im Hirn folgendes, das ist messbar, dass schon nach wenigen, also relativ wenigen Wochen messbar schon, dass die Vernetzung, die nervliche Vernetzung im präfrontalen Kortex, also in diesem vorderen Hirnbereich, Großhirnbereich, diese Nervenschicht wird dicker und sie ist häufiger aktiv. Und die ist ganz entscheidend eben für zum Beispiel sich Ziele setzen, für gezielte, bewusste Verhaltenssteuerung, für den inneren Beobachter auch, für die, ja da sagt man auch, ist der Sitz der Persönlichkeit, dann aber auch für Empathie, Impulskontrolle, was natürlich ganz wichtig ist für das, was du gerade gesagt hast, und auch wieder Kreativität. So und dann ist ein zweiter Bereich, das ist der sogenannte anteriore, zinguläre Kortex, der sitzt hier hinten rechts, könnte man sagen, also da hinten ist so dieser Bereich und der ist bei Hypnose zum Beispiel weniger aktiv, fährt er runter und hier fährt er eher hoch. Und der ist wichtig, um zum Beispiel Ablenkung ignorieren zu können, das heißt also Störfaktoren ausblenden zu können. Das ist ja bei dem Job, den du machst auch wichtig, weil da kommen ja ständig Störfaktoren in Form von Kerzen hoch, runter, links, rechts, ja, die man irgendwie vielleicht anders sich gedacht hat. Dadurch bin ich auch oftmals leicht ablenkbar, weil ich habe mehrere Screens offen, somit ist vielleicht auch mein Fehler, lenke ich mich ab, weil ich meine Aufmerksamkeit und wir Männer sind ja an sich nicht so, oder ich spreche jetzt einfach mal von mir, ich bin nicht multitaskingfähig, also wenn du mit mir im Auto fährst, stellst du mir eine Frage, ist das eigentlich dein Todesurteil für uns beide, ja, weil dann werde ich dir die Frage beantworten und das Auto nicht mehr lenken. Ja. Also Frauen auch nicht, das habe ich schon lange widerlegt. Ja. Wird ja mal behauptet, ne? Genau, und das ist, genau das ist, das wäre auch für mich eine sehr, sehr wichtige Übung, mich von Ablenkungen immer quasi auf eine Sache fokussiert zu bleiben, bis diese abgeschlossen ist, die nächste Sache anzunehmen. Jörg, ich kann mir vorstellen, jetzt haben Leute sehr, sehr viel gehört und noch Fragen. Ja, wir haben noch drei Punkte, die sind noch wichtig. Also halten wir fest, die kognitive Kontrolle nimmt zu, dann die Amygdala, die schrumpft, das ist dieser kleine Mandelkern, der für die, vor allen Dingen auf der rechten Seite, der bei Traumastress, bei Vermeidung, bei Spannung, ja, und so weiter, voll hochfährt und der ständig den Alarm reinhaut und sagt, jetzt geht es um Leben und Tod. Also Pubertierende, die verarbeiten ihre ganzen Emotionen vor allen Dingen da, weil die noch nicht genügend Frontalhirn haben. So, und da findet also eine Schrumpfung wieder statt, wenn der durch Trauma vergrößert wurde oder durch viel Stress, der Bereich, dann kann das wieder sich wie rückbilden durch die Meditation und es findet eine verstärkte Verbindung nervlich zum Frontalhirn statt. Das heißt, das Frontalhirn kann dann auch besser top down, sagt man, diese Impulse wieder regulieren. Dann nimmt der Hypocampus zu, das ist auch ganz wichtig, der schrumpft nämlich bei Stress und der ist ganz wichtig für Gedächtnis, für Lernen, Emotionsverarbeitung und für Emotionssteuerung ein Stück weit. Und diese ganzen Körperlandkarten im somatosensorischen Cortex, das ist der Streifen, der so hier oben drüber geht, wo mein Bügel hier ist quasi, die werden feiner, weil wenn man auf dem Körper meditiert, dann nimmt man sich einfach besser wahr. Im Körper sowieso hat es ganz viele positive Effekte auch, die Atmung wird langsamer, Herzschlag wird langsamer, Blutdruck wird gesenkt, Muskelspannung geht runter, Schmerz reduziert sich, Cortisol wird verringert, auch das Immunsystem verbessert sich, der Vagus wird, der Ventrale wird aktiver. Man ist insgesamt also psychomäßig dann auch einfach stressfreier, angstfreier, man schläft besser. Und ja, das ist eine super Sache. Nicht zu empfehlen, vielleicht noch ganz wichtig zu sagen, ist das Ganze, wenn man unter Psychosen leidet und Halluzinationen oder wenn man gerade eine akute PTBS, also sprich posttraumatische Belastungsstörungen am Laufen hat, dann kann das kontraproduktiv sein, sich so stark auf die innere Welt zu beziehen. Auch für manche Leute, die schon eh super kritisch sind und zwanghaft, macht das das manchmal noch schlimmer. Auch Bindungstrauma, gerade so Hardcore Sessions, wie ich die gerade beschrieben habe, können dann manchmal wieder ein ziemlicher Trigger sein, wenn man dann unter Leuten ist und die gucken einen Elftage nicht an und man fühlt sich völlig isoliert. Ja, das ist so quasi der Background. Jetzt war ja die Frage, was können die Leute... Nein, ich habe meine Frage, da möchte ich doch kurz mal was sagen jetzt. Ja, ja. Also, weil du hast so viel zu sagen, das sind so viele interessante Sachen. Ich kann mir aber vorstellen, das reicht alles auch nicht für ein Video. Deswegen meine Frage wäre, jetzt gibt es bestimmt Leute, die fühlen sich hier angesprochen. Wie kann man dich über das Freirauminstitut kontaktieren? Gerade an die Leute, die sagen, faszinierend, der Herr Fuhrmann kann vielleicht mir helfen. Ich alleine, was ich höre, sind schon einige Sachen, wo ich sage, faszinierend, da würde ich gerne näher mit ihm zusammenarbeiten. Wie macht man das? Kontaktiert man dich per E-Mail? Einfach per E-Mail. Info at freiraum-institut.ch. Das ist eigentlich das Einfachste. Okay, weil ich glaube, das ist dann, da werden so viele Fragen jetzt aufgekommen sein. Ich finde es auch faszinierend, gerade in so einer Zeit, gerade im Winter, gerade im Jahr, nun Jahreswechsel 2022, 2023, wo viele sehen, wahrscheinlich ist es jetzt eine kluge Sache, auch in sich selbst mal zu investieren, zu schauen, dass man die geistige Gesundheit wieder aufrecht erhält. Denn in der Masse, meine ich, sind wir aktuell nicht sonderlich gesund, um es mal ganz vornehm auszudrücken. Ne, das sieht man ja auch. Die Krankenstände gehen jetzt auch überall hoch wie verrückt. Ja, ja, wie verrückt, absolut, genau. Und gleichzeitig gehen die Bestände in den Apotheken immer weiter runter. Ja, ja. Also auch das ist mal wieder, ja, welcome to Germany. Aber ja, dann, um das mal gesagt zu haben, das ist hochinteressant wieder gewesen. Schreiben Sie gerne mal rein, wenn Sie weitere Themen haben. Sie sehen schon, es gibt so viele Themen, mit denen wir uns da gerne beschäftigen würden, die der Jörg Fuhrmann dann auch einfach mal mit mir durchsprechen kann. Ich würde zum Beispiel die ganze Thematik des Eisbadens, weil auch das kann Menschen helfen, die depressive Gedanken haben, sich sehr, sehr schlecht finden, auch wissenschaftlich ergründet, ganz klar bewiesen, warum das so ist, warum Eisbaden und Kälte extrem helfen kann. Das aber gerne in einem weiteren Video in Zukunft. Sonst werden wir mal alle Informationen über dich, Jörg, unten im Video posten und Leute, die Interesse daran haben. Ich kann das nur wärmstens weiterempfehlen. Hochinteressant. Also vielleicht nur eine Motivation für die Leute. Das Ganze ist ein bisschen wie bei so einer Perlenkette. Wenn du da jetzt also zehnmal was machst, dann hast du zehn Perlen drauf. Und wenn du dann zehn Tage nichts mehr machst, dann gehen die wieder wie runter. Dann bist du wieder bei Zero. Das heißt, man muss das regelmäßig machen. Und wenn man das acht Wochen regelmäßig täglich macht, mindestens, sage ich mal, 15 Minuten, dann merkt man die ersten Effekte. Das ist Beleg mit Studien. Also nach nur 15 Minuten, acht Wochen täglich, kann man hier oben auch messbar schon Veränderungen feststellen. Ja, und ich würde jedem empfehlen, wenn man jetzt da nochmal so als einen kurzen Impuls, was man praktisch machen könnte, immer mal wieder am Tag, nimm dir mal irgendwo eine bestimmte Ecke im Raum oder im Haus. Da machst du nur das vielleicht erst mal. Und setz dich dann auf deine Kissen oder auf deinen Stuhl, auf deinen Hocker. Muss jetzt auch nicht klassische Meditationskissen sein. Mit meinem ersten Meditationslehrer habe ich immer auf Bücherstapeln gesessen. Das geht auch. Oder ein Holzblock ist egal. Und dann konzentrierst du dich einfach auf den Atem. Und vielleicht zählst du nur die Atemzüge bis 10. Und dann beobachtest du parallel deine Gedanken und deine Gefühle. Deine, ach jetzt gleich wollte ich noch Rasen mähen, ach abwaschen und jetzt halt, okay, Schneeschaufeln, was weiß ich. Und all das, du siehst das und lässt es einfach vorbeiziehen. Wie bei so einem Inneren. Du willst es nicht wegmachen, du beobachtest es einfach nur wohlwollend. Ja, oh, was machen die Kurse jetzt? Oh, sind sie schon wieder gestiegen gefahren? Ja, ja. Okay, ich bin jetzt hier auf dem Kissen und ich bin dieser eine Atemzug jetzt. Und das öffnet auch das Bewusstsein. Also für Bewusstseinsbereiche, die du sonst in deinem Monkey Mind gar nicht zugänglich hast. Also, ich bin, ich beobachte auch sehr wohlwollend, dass auf jeden Fall bei uns beiden Meditation nicht zum Haarwachstum beigetragen hat. So viel steht mal fest. Muss man einfach so sagen. Es ist also nicht alles damit möglich, aber doch sehr viel. Mein lieber Jörg, ich danke dir. War erstens wieder super spannend, faszinierend dir zuzuhören und soll nicht das letzte Video gewesen sein. Schreibt es gerne mal rein, kontaktiert Herrn Vormann gerne. Unten stehen alle Informationen in der Videobeschreibung drin. Ja, ich danke dir für deinen Input. Ich danke dir auch. Ich habe noch ein kleines Schlusswort passend zum Eingang. Das sind die sogenannten Zimbeln. Genau, das ist der Wake-up-Call. Also jetzt könnt ihr alle wieder wach werden und jetzt ist fertig. Wunderbar. Adios. Ciao. Danke. 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 Danke.